Hallo und herzlich willkommen zu GSCN, den German Star Citizen News. Mein Name ist Trager und wir behandeln heute die Nachrichten um Star Citizen vom 22. Oktober bis zum 28. Oktober 2018. Ja, die Nachrichten kommen wie üblich vom offiziellen YouTube-Kanal sowie der offiziellen Homepage robertspaceindustries.com. Ja, und legen wir doch direkt los mit den Videoformaten. Deswegen, ich sag's gleich vorweg, die anderen Panels hab ich mir angeguckt, aber da war jetzt nichts so weltbewegendes dabei, wo ich mir jetzt sagen würde, das muss man unbedingt aufarbeiten. Wen das im Detail interessiert, der kann sich die Videos angucken. Ich persönlich fand Lawmakers Guide to Alpha 3.3 ganz witzig, weil auch die Hosts sehr unterhaltsam waren. Ja, und die Sache ist die, das was da vorgestellt wurde oder was sie da gesagt haben, war im Großen und Ganzen nur nochmal Lawmakers Guide to the Stanton System kompakt oder am Stück, weil das Stanton System wurde damals zweigeteilt abgehandelt und mit dem größeren Fokus auf Hurston. Da wurden halt noch so ein paar Infos rausgehauen zum Hurston System, die im normalen Stanton System Video nebenbei erwähnt wurden, aber so alles in allem ist das jetzt nicht unbedingt der Erwähnung wert. Wer sich das gerne angucken möchte, kann das tun, aber es ist kein GCN Material, sag ich jetzt mal. Stattdessen kümmern wir uns um Around the Verse und Reverse the Verse heute und in ATV, dem offiziellen Nachrichtenformat von Cloud Imperium Games, wurde folgendes gesagt. Da ging es überwiegend um die Mission, die bei der CitizenCon gezeigt wurde und das war nur eine der neuen Missionen, die es auf Hurston geben soll. Die Hurston-Familie schert sich nicht um den Planeten, die Atmosphäre ist verschmutzt und wurde sogar aus dem Orbit bombardiert für Waffentests. Durch diesen Hintergrund kamen sie auf die Idee, dass einer der Satelliten Fehlfunktionen hatte und abgestürzt ist. Vom Deko-Team wurde wirklich viel verlangt, sie wollten, dass der Satellit auch nach etwas aussieht. Das Ganze fing als kleine Kommunikationsboje an und wuchs dann eben zu dem Satelliten, den wir jetzt gesehen haben, weil die Designer eben einige Gameplay-Elemente präsentieren wollten und das ging nicht mit der kleinen Kommunikationsboje. Sie haben viel Zeit darauf verwendet, dass der Kletterpfad sichtbar, aber nicht zu sichtbar ist und die Zerstörung gut aussieht und nicht so, ah, das ist aber sehr praktisch umgeknickt. Jetzt kann man da ja drüber klettern, dass es eben nicht so aussieht. Die Platinen, die man untersuchen musste oder die man untersuchen konnte, mussten auch angefertigt werden. Den Rest hatten sie aus anderen Teilen schon fertig gehabt, zum Beispiel dieses Raster, wo die Platinen drinstecken. Das ist eine Schiffskomponente, die sie eben entsprechend umdesignt haben. Damit die Platine in der Hand gehalten werden konnte und das Ganze dann auch gut aussieht, mussten sie zuerst die größte Größe eines Objekts, das gehalten werden kann, und die kleinste Größe ausloten und dann damit mit den Werten rumspielen, bis das Ganze passend aussah. Sie brauchten diese Möglichkeit jetzt nicht nur für diese eine Mission, sondern soll etwas wird häufiger kommen. Die Mission ist zufällig auch aufgebaut. Die Platine kann entweder direkt in einem Steckplatzbehälter sein oder ist rausgefallen und liegt neben Trümmern oder in einem anderen Abschnitt, das beim Eintritt in die Atmosphäre abgebrochen ist und ein paar Kilometer draußen liegt. Oder, wie auch gezeigt wurde, wurde sie von Plünderern geklaut. Das kann dann aber auch mehrere Orte beinhalten, wo die Platine dann hingebracht werden könnte. Dadurch soll man die Mission mehrfach spielen können und immer wieder was anderes zu tun haben. Die Überlegung war auch, wie findet man die Platine, wenn sie nicht im Satelliten ist. Da kamen sie dann auf den GPS-Sender, den man im Satelliten aktivieren muss. Dadurch mussten sie auch das Innere des Satelliten ausbauen, weil ansonsten kann man natürlich nicht reingehen. Und in der Zukunft wollen sie die Satelliten häufiger benutzen, sowohl funktionsfähige als auch kaputte. Das war's von der CitizenCon und dann haben sie noch Folgendes in der Entwicklung fertiggestellt. Und zwar die Gegenstandsvorschau für das Mobiglas und die Einkaufskiosk sind fertig. Die Splash-Screens von den Kiosks sind nun unterschiedlich, je nachdem welcher Firma das Terminal gehört. Und die Rastplätze haben eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Kriminellen. Wenn ein Krimineller sich so einer Station nähert oder sie anfliegt, wird er von der Station beschossen. Ja und das war's von Around the Verse für diese Woche und jetzt kommen wir zu Reverse the Verse mit dem Thema das neue Flugmodell. Reverse the Verse ist das Videoformat, bei dem unsere Fragen im Livestream beantwortet werden von der Crew, die gerade zugegen ist. Und das war die Crew, die auch das Panel für das neue Flugmodell gemacht hat. Und da war die erste Frage, beschreibt so ausführlich wie möglich, wie zwei Jäger mit dem neuen System im Dogfight miteinander kämpfen, in Bezug auf Bewegung, Manöver und ähnliches. Das Flugverhalten der Schiffe ist sehr unterschiedlich und die Umgebung, in der man kämpft, ist auch wichtig. Beim Atmosphärenflug ist es eher wie Dogfights im Zweiten Weltkrieg, wo Kurvenkampf und Co. eine Rolle spielen. Im All ist das aber nicht der Fall, aber die Kämpfe sollen sehr hauptantriebslastig sein und Strafen nicht so sehr die Rolle spielen. Außer vielleicht bei Alien-Schiffen, die darauf ausgelegt sind. Sie wollen aber auch nicht, dass es auf Theosten hinausläuft, sondern auch im All eher Kurven- und Manöverkampflastig sein sollen. Im Großen und Ganzen ist es aber eine Balancing-Geschichte, auf die sie sich konzentrieren müssen und Spieler werden unterschiedliche Präferenzen haben, wie sie kämpfen werden. Einige werden Theosten, einige werden Strafen und andere werden anders kämpfen. Die drei Gruppen, in die sie die Sachen aufteilen, sind Zweiter Weltkriegsstil für den Atmosphärenflug, dann Six Degrees of Freedom, also in alle Achsen mehr oder weniger gleich fliegen, das ist für Alien-Schiffe im All gedacht, und der sogenannte Asteroidenflug, also hauptschublastig, für Menschenschiffe im All. Es wird aber wohl Überschneidungen zwischen den Sachen geben, hier und da bei einigen Schiffen. Wie fliegen sich Großkampfschiffe? Die haben eine langsame Beschleunigung, aber dann viel Schwung. Sie fühlen sich sehr schwer an und im Grunde bleiben sie stehen und schießen auf weit entfernte Ziele. Da Gewicht und Masse eine Rolle spielen, wird es dann wohl auch sein, dass volle Frachtschiffe auf einigen Planeten gar nicht landen bzw. starten können? Ja, absolut. Es soll irgendwann auch vielleicht so sein, dass wenn man alle Fracht auf eine Seite des Schiffes packt, dass das Schiff dann unausgewogen ist und dass man das beim Flugverhalten auch merkt. Man soll aber entsprechende Warnungen bekommen. Sogar die unterschiedliche Atmosphärendichte soll später eine Rolle spielen beim Kämpfen und Fliegen. Wie können wir unsere Schiffe vernünftig landen, ohne dass wir auf die Außenansicht angewiesen sind? Tja, das ist so ein Problem. Und sie müssen gucken, ob sie die MFDs und Render-to-Texture-Technologie soweit bekommen, damit Außenkameras möglich sind. Aber das ist sehr ressourcenteuer. Sie hatten mal so ein Mini-3D-Modell im Cockpit für normale Landezonen. Das wäre auch eine Möglichkeit, müsste nur ausgebaut werden. Wie beeinflusst das neue Flugmodell Bodenfahrzeuge und Schwebefahrzeuge? Die Graflev-Technologie wird überarbeitet, hat aber nicht direkt was mit dem neuen Flugmodell zu tun. Die Schwebefahrzeuge sollen sich bodenständiger anfühlen. Reifen bei Raumschiffen. Können wir die irgendwann benutzen, um auf Oberflächen zu fahren? Irgendwann eventuell ja. Habt ihr euch überlegt, dass einige Schiffe wie eine Rakete starten müssen? Dafür sind die Schiffe absolut nicht Design. Werden offene Türen und Löcher in der Hülle das Flugmodell beeinflussen? Nein, da sie nicht so zu dem Detailgrad simulieren. Wenn aber Teile des Schiffes weggeschossen werden und sich die Masse verändert, dann ja. Wird der Luftwiderstand genau an der Hülle berechnet? Nein, das Schiff wird quasi zu einem großen Voxel zusammengefasst und das wird dann berechnet. Da sie ja auch noch eine vernünftige Performance und Framerate haben wollen. Wird ein Geschwindigkeitsindikator mit der richtigen Geschwindigkeit auf dem Head-Up-Display hinzugefügt? Ja, absolut. Das Feedback bekamen sie auch schon auf der CitizenCon. Es ist aber noch nicht klar, wie es angezeigt wird. Entweder werden zwei Geschwindigkeitsanzeigen eingefügt oder nur die neue. Das müssen sie noch schauen. Jetzt, wo die neue Cruise-Geschwindigkeit da ist, wie werden Spieler zum Dogfight gezwungen und abgebremst? In den Cruise-Geschwindigkeiten kann man schlicht und ergreifend nicht kämpfen, weil die Manövrierbarkeit fehlt. Aber man könnte damit fliehen. Mit dem neuen IFCS-System wird die Schiffsmasse der Schiffe nochmal überarbeitet? Ja, das wird noch gemacht. In der Vergangenheit gab es sehr merkwürdige Situationen mit der Masse. Die Statistikseite sollte man nicht zu ernst nehmen, da nicht alle Komponenten wirklich existieren. Wird es einen VTOL-Modus ohne Fahrgestell geben? Ja, absolut. Das wurde auch nötig, da zum Beispiel die Idris gar nicht schweben kann ohne VTOL-Modus. Ohne VTOL fällt sie runter. Und dieser VTOL-Modus wird für alle Schiffe, die einen theoretischen VTOL-Modus hätten, auch haben. Also kommen. So rum. Constellation und Aurora-Ventilatoren? Die sind speziell, da diese sich dann auch auf die Atmosphärendichte beziehen und darauf angewiesen sind, um richtig zu funktionieren. Da sich die Schubdüsen abnutzen, aufgrund von der Last, die darauf auf die Düsen kommt, wie werden dann Schiffe ohne VTOL-Düsen abheben und landen können, ohne die Düsen kaputt zu machen? Nur weil ein Schiff so aussieht, als hätte es keine VTOL-Düsen, hat es vielleicht doch welche. Aber es wird auch Schiffe geben, die eben nicht starten und landen können in Atmosphäre, wie zum Beispiel die Javelin. Wenn man eine Javelin in das Schwerkraftfeld eines Planeten zieht, dann stürzt sie früh oder später ab. Werden Raketen vom neuen Flugmodell beeinflusst? Nein, aber sie bekommen Aufmerksamkeit. Kann ein erfahrener Pilot in einer M50 einen Positionsvorteil herausfliegen gegen eine Super Hornet? Das ist eine sehr spezielle Frage, aber sie glauben ja. Sie haben diese spezielle Situation noch nicht ausprobiert, aber auf dem Papier müsste es so sein. Stache Bewaffnung bei Maussteuerung hat einen Nachteil zu kardanischer Bewaffnung bei Maussteuerung. Wird die Maussteuerung noch überarbeitet? Sie wollen noch Veränderungen am Kampfsystem machen und am Schießen machen. Insbesondere Zielen und wie kardanische Waffen funktionieren, das soll auch noch überarbeitet werden. Das könnte noch drastisch verändert werden, aber sie sind momentan in aktiver Diskussion, was das Thema angeht. Was nicht heißt, dass sich auch etwas ändern wird, sondern sie reden nur drüber. Es kann sein, dass dabei was rauskommt oder eben auch nicht. Coupled und decoupled. Ist die Rotationsrate bei beiden gleich? Ja. Wie verhalten sich asymmetrische Schiffe mit dem neuen Flugmodell in der Atmosphäre? Sehr schlecht. Das merkt man zum Beispiel gut bei der Scythe. Da haben die Schubdüsen gut zu tun, um das Schiff möglichst gerade zu halten. Das ist ja der Sinn und Zweck von IFCS, dass sowas normalerweise ausgleicht. Aber je nachdem, wie dicht die Atmosphäre ist und wie hoch die Gravitation ist, kann das mit einer Scythe schon knapp werden. Mit dem neuen Flugmodell. Wie wird es dann laufen, wenn ein Schiff versucht, 10 Meter über dem Boden zu schweben in einem merkwürdigen Winkel? Das hängt vom Schiff und vom Planeten ab. Bei einigen klappt es, bei anderen nicht. Wie sind oder gibt es Pläne für einen Autopiloten? Es gibt eigentlich einen, aber Spieler haben keinen Zugriff darauf. Der ist momentan nur für NPCs zum Starten und Landen. Bei kleineren Schiffen soll man gefälligst selbst landen. Es gibt momentan auch keine Pläne für einen Autopiloten. Können wir vorgefertigte Schubdüseneinstellungen speichern und laden für bestimmte Umgebungen? Darüber wird diskutiert, ist aber noch nicht geplant. Wird es dynamische Schubobergrenzen geben, die das IFCS erzwingt? Nicht im All, aber in der Atmosphäre. Ja, und das war es mit Reverse the Verse für diese Woche. Und das war es dann auch für GCN in dieser Woche. Vielen herzlichen Dank an alle Unterstützer, an alle, die liken, teilen, abonnieren, Patreon, Geld geben oder sonst wie irgendeine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Wenn ihr Feedback habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wie üblich, Fortsetzung folgt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Trakka. Euer Trakka.